Na gut, dann ab zu Megan Forster. Da weiß ich doch nicht. Wen haben wir denn hier? Was der Herzog plant? Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosh im Bunde. Der hat den Schaum einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen? Tut mir leid. Huhn Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Eddemeier. Danke. Jo, irgendwann mal. Ich habe noch immer diese Visionen. Ein paar davon, die ich lieber vergessen. Ah. Moment. Nee. So, mal voll aufladen. Ey. Ja, gehst du mal aus dem Weg? Äh, ja. Äh. Nee, wir machen ihre Musik nicht aus. Aber hier wieder was zu lesen. Aha. schwarzer Husten. Okay. Megan ist bestimmt an Deck. Die war doch gerade noch hier. Äh, neue Woche, neue Slack. Ja. Fertig, 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 erledigt. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Ähm, ja. Er läuft aus. Ach, du heilig. Oh, lesen. Also, nach dem Game werde ich echt ein gebildeter Mann sein. So, sonst haben wir eigentlich nix hier, äh, nix hier, oder? Nix zum Lesen? Okay. Ihr habt's verstanden. Dann gehen wir mal zum Captain. 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 Wow. Captain. Äh, ja. Ich hab' erst gelesen, Advent-Bezirk. Aventa-Bezirk. Na, müssen wir jetzt in diesem Maschinenhaus? Oder wie? Weil das kennt man ja von der Preview. Ja, ich hab' ein Video bei Gronkh geguckt, das Preview-Video. Das ist ja wohl nicht so schlimm. Ein bisschen informieren darf ich mich ja schon. Aber nur ein bisschen. Jindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen. Und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja. Aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Koru hat's mir beigebracht. Gut. Überwinden sie die Lichtwand, dann fahren sie mit dem Wagen zu Jindosh's Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily, kümmern sie sich um diesen Verrückten und bringen sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Machen wir. Kein Problem. Okay, alles aufgefüllt. Uh, was haben wir denn da? Super. Ähm... Schwarzhändler. Station. Okay. Haben wir hier irgendwas Nützliches? Irgendjemand hier? Ich spür doch irgendwas. Ach du Heilige. Brune! Welche sind am nächsten? 75. Boah. Au, da oben ist was. Das holen wir uns direkt. Ah, sind da wieder Blutfliegen drin. So ist die Welt halt. Dinge verfaulen und zerfallen. Man trinkt den Wein bis zum letzten Tropfen aus. Danach kommt das Nichts. Schreib das auf meinem Graschneisen. Das ist nice. Wow. Äh... Äh... Ähm... Was? Alter, fände sind hier viele. Okay, so hoch. Dann da hoch. Dann da hoch. Weißt du, komm ich da gar nicht hin. Hätte ich nur ein eigenes Boot. Das wäre ein Leben. Yeah. Und zack. Yeah, geht doch. Okay, der ist schon tot. Was ist hier los? Hä? Ich wollte schon sagen. Gut, was ist denn das? Ähm... Okay, schlechte Qualität. Ah! Okay, Granaten habe ich ja bisher nichts da gehabt. Also... Aber hier haben wir doch bestimmt irgendwas, oder? Okay, haben wir das schon mal erledigt. Ach, der Schwarzmarkt ist ja eh da. Oh! Das ist ja mal echt uncool. Okay, müssen wir uns ganz... Schnubbelig da drum. Kannst du nicht weg? Ah, keine Schlafpfeile. Mist. Ähm... Ähm... Ah. Wollte schon sagen. Kann der nicht mal weggehen da? Äh... Pistole, Pfeile... Äh... Ah... What? Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Hä? Wie... Wie sieht der mich? Moment, ich konnte doch Gegner ranziehen, ne? Na? Lass mich da rein! Ah, dann gehen wir da hin. Ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Komm, 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 schneller! Oh! Ha, 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 ha! Ja? Du weißt vielleicht, dass ich hier bin, aber nicht... Boho! Ne? Wo ist sie, verdammt? Los! Ich habe keine Zeit für Spielchen! Moment mal, die sind ja jetzt alle da, ne? Kann ich mich um die rumschleichen? Oh, okay! Halt! Und wirklich! Nein, nichts! Geht doch! Ja! Ja! Wieso bin ich nicht vorher immer da drauf gekommen? Okay, der Schwarzmarkt ist da, wie komme ich da jetzt hin? Blut fliegen, schon wieder... Blut fliegen schon wieder! Ah, da ist er ja! Ja, ich weiß, da! Ja, wie komme ich denn da jetzt ran? Ja, wie komme ich denn da jetzt ran? Ich kann Ihnen helfen, aber nicht jetzt! Und gehen Sie lieber! Ich bekomme oft Besuche von Paolo! Den möchten Sie nicht kennenlernen! Kommen Sie später wieder! Verstanden! Sie sollten gehen! Wir machen ein andermal Geschäfte! Wie gesagt, Paolo ist unterwegs! Ich glaube, er ist hier! Verstecken Sie sich! Ah! Wer sieht Sie, wenn Sie jetzt eh... Verstecken Sie sich! Wir machen dann danach Geschäfte! Da kann ja kein Mensch atmen! So viel Staub! Hä? Wachsam bleiben, sagt sie! Wach bleiben, sagt sie! Bin nicht mehr sicher, wonach ich so... Ich brauch... Acht neue Messer! Kurze Klinge! Das gute Zeug! Morgen... Stahl! Ich weiß, was du meinst! Ach ja! Letztes Mal hast du mir nämlich irgendein Hinterhof... Müll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gartenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder hin. Hey du! Und was ist da los? Ach komm! Das ist für das Heulerblut. Verblut! Heuler! Hier drüben! Ich hab's vergessen, Energie zu nehmen! Ich hab's geblies! Aaaaaaah... Aaaaaah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020